Unsere gute Nachricht des Tages, der Blick in den Nachthimmel, der dürfte vielen Deutschen den Atem verschlagen haben, denn es gab Polarlichter zu bestaunen. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte diese spektakuläre Aufnahme einer Webcam auf der Zugspitze, aber auch über Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg geleuchtete der Himmel. Grund für das Spektakel sind Sonnenstürme. Elektrisch geladene Teilchen werden von der Sonne weggeschleudert, treten sie in die Erdatmosphäre ein, dann kommt es zum Leuchten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017